Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bundesliga, Tippspiel, 32 Spieltag. Leipzig gegen Bayern. Leipzig 5 Tore. Bayern 1 Tor. Dortmund gegen Wolfsburg. Dortmund 6 Tore. Wolfsburg 3 Tore. Heidenheim gegen Bochum. Heidenheim 4 Tore. Bochum. Bochum 3 Tore. Freiburg gegen Leverkusen. Freiburg 3 Tore. Leverkusen 2 Tore. Augsburg gegen Kiel. Augsburg 3 Tore. Kiel 1 Tore. Mainz gegen Frankfurt. Mainz 5 Tore. Frankfurt 4 Tore. Frankfurt 4 Tore. Hoffenheim 1 Tore. Union gegen Bremen. Union 6 Tore. Bremen 3 Tore. Brems 3 Tore. Brems 3 Tore. Brems 3 Tore. Ich sag ich mal. Viel Spaß für diese Video. Von Bundesliga. Tippspiel. Von 32 Spieltag. Kann ich gerne euch auch Tippen in die Kommentare.